Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zu diesem Video. Um diesen Elefanten geht es hier gerade nicht, deswegen kommt er weg. Wir nehmen uns diese Karte hier wieder und nein, der steht nicht vor der Seite, weil ich komplett bescheuert bin, sondern weil ich das hier falsch draufgedruckt habe. Also das ist eigentlich die Seite, auf der ich zeichnen sollte. Deswegen habe ich mir gedacht, brauche ich einfach eine vernünftige Verwendung für diese Karte. Und zwar drehen wir sie jetzt erst einmal um. Hier habe ich mir schon den Rahmen vorgezeichnet. Ich werde mal eben kurz das Blatt festkleben. So, fest ist das Ding und zwar zeichnen wir heute ein niedliches Einhorn. Ja, wie süß! Genau so machen wir es jetzt einfach mal. Dafür müssen wir gucken, wie sieht überhaupt ein niedliches Einhorn aus? Also was macht das aus? Ganz einfach, wir machen einen runden Kopf, der ungefähr so aussieht. Das heißt, hier eben kurz die Gesamtproportion betrachten. Das sieht ungefähr so aus. Vielleicht ein bisschen kleiner, dass es hier auch mehr runterguckt. Und dann hier kommt das Horn hin. Das heißt, hier so, zack. Das wird doch passen. Dann schließt es da ab und hier ab. Perfekt. Als Vorzeichnung. Sieht super genial aus, ne? Ja. Ich nehme hier mal eben den oberen Rahmen wieder weg. Den brauchen wir nicht. Da ist das Horn. Das malen wir uns hier gleich schon mal hin. Und hier oben kommen erstmal die Ohren hin. Und zwar so knuffige Ohren, die dann hier wie so ein Hase halt aussieht. Ganz normal. Vorne geht es leicht runter. Da gibt es ein Stupsnäschen und ein kleines Schnäuzchen, das dann hier oben so hochkommt. Hier gibt es das Kinn. Und die Augen fehlen auch noch. Das heißt, die bauen wir uns mal hier hin. Sehen wir, dass das Horn noch ein bisschen verschoben werden muss. Packen wir das mal hier hin. Also so. Da ist das Auge. Und hier ist das Auge. Auf der Seite sieht man es nicht ganz. Deswegen liegt das dahinter. Und hier wird das so groß. Und in dieses Auge kommt die Pupille. Und ungefähr so sieht der ganze Spass dann aus. Hier vorne sind die Nüstern. So ein Ding hat natürlich auch Atemwege. Muss man ja. Darf man nicht vergessen. Ohren noch etwas genauer. Und dann geht es hier runter zum Körper. Wie sieht so ein Teil denn überhaupt aus? Mann. Was hat das hier für einen Körper? Also erstmal geht es hier so runter. Und schließt hier hinten ab. Sagen wir so. Jetzt wäre das ja kein süßes Einhorn. Wenn es ein ganz normaler Einhornbeine hätte. So wie ein Pferd das hat. Und deswegen geben wir dem Ganzen so Einhornstampfer. Ja. Das ist doch klar oder? Das ist jetzt ein Einhornstampfer. So. Hier oben machen wir vielleicht noch eine kleine Mähne hin. Irgendwie so. Ja. Und dann ziehen wir das ganze Ding mal eben schnell durch. So. Das wäre das Einhorn. Und das malen wir jetzt mal eben schnell aus. Diesmal nicht mit Aquarell. Sondern nur mit Buntstiften. Wir geben dem Ganzen so ein Babyblau, sage ich mal. So. Das wäre das Einhorn erstmal in der blauen Farbe. Babyblau sozusagen. Jetzt. Wo haben wir es denn? Hier noch ein bisschen Hautfarben im Ohr. Ich denke das Horn. Das machen wir auch Hautfarben. Jetzt brauchen wir möglichst kitschige Farben. Also machen wir hier mal so diese drei Freunde hier. Und verteilen das hier mal schön. So. Wäre das Nackenhaar auch soweit fertig. Hier unten kommen Streifen rein. Das ist das niedliche Einhorn auf der Postkarte. Und ja. Das war es. Schon. Das ging wirklich schnell. Also im Vergleich zu den anderen Projekten ist das wesentlich einfacher, was die Konturführung und den ganzen Kram angeht. Und es war auch nichts mit Aquarell dieses Mal. Also einfach eine Buntstiftzeichnung. Von daher auch halb so wild. Ich hoffe es hat gefallen. Wenn ihr euch die realistische Version angucken möchtet. Da oben. Also hier genau. Da müsst ihr jetzt was ausplöppen. Und ja. Viel Spaß damit. Und ja. Danke fürs Zugucken. Ich hoffe es hat gefallen. Lasst einen Daumen da, wenn es gefallen hat. Man muss es ja irgendwie sagen. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis denn. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.